Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Xperia XC Mini. Ich bin LMSC10 vom PocketPC.ch und ich zeige euch mal das Track ID. Damit kann man Lieder, die man jetzt nicht kennt, aufnehmen und sich den Titel anzeigen und eventuell auch kaufen. Weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich noch nicht getestet. Ich versuche jetzt einfach mal mit Numb von Linkin Park. Der identifiziert jetzt gerade das Lied oder den Titel. Und der hat es gefunden. Namen, Linkin Park, Album Veteora. Und man kann es nicht downloaden. Im O2 Music Shop. Will ich jetzt aber nicht. Habe das Lied. Ups. Versuchen wir jetzt mit einem weiteren Lied. Zum Beispiel Spacebound von Eminem. Nehmt jetzt wieder auf. Identifiziert. Identifiziert es. Das hat er jetzt nicht gefunden. Nehmt jetzt nicht. Wollt sie noch kurz auf. Mal sehen, ob ich es diesmal findet. Jo, diesmal gefunden, Spacebound Eminem Recovery. Ich versuche es mit einem etwas älteren Lied. Be Easy von Aiken. Auch das hat er gefunden. Scheint ganz gut zu sein, das Programm. Nur schade, dass es halt mit Internet ist. Aber fast jeder hat ja heutzutage eine Datenflat. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert uns doch oder besucht uns auf www.pocketbc.ch Dankeschön. Danke. 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 Danke.